hallo und herzlich willkommen bei minecraft 1.15 spiele hier auf dem server dragorolia das ist mein server er ist mit dem 1.15 und plugins und diamanten ja ich habe mir so ein bisschen gedanken darüber gemacht wie das update so ist 1.15 ja es ist vielleicht jedem schon aufgefallen dass es recht klein ist und das macht natürlich ja die spiele nicht gerade so froh auch weil die server jetzt umgestellt werden müssen und so weiter plugins jetzt auch nicht alle funktionieren mods nicht funktionieren und so weiter ist leider auf dem pc ja ein bisschen ruhig geworden einfach ganz ruhig kaum noch interessen weiß es auch nicht also das ist halt so microsoft verdient am meisten wahrscheinlich mit der pe edition und deshalb machen die dort natürlich auch am meisten ist ja auch am leichtesten wenn man nicht so viele grafiken editieren muss und so weiter die aber version ist da schon ein bisschen mehr und vor allem die windows 10 version hat noch und die konsolen version also ich glaube die playstation 4 version ist recht beliebt oder die xbox one edition und dann kommt sich auf der ps5 und xbox series one glaube ich heißt sie dann noch mal minecraft raus und ja das ist natürlich nicht so motivierend für die alten java version liebhaber aber gut wie findet ihr die bienen sie sind recht süß toll aber auch ein bisschen langweilig und ich habe bis jetzt noch keine züchten können ich finde einfach zu wenig blumen trotzdem server trotz farmwelt und so weiter und ja man kann keine bienenstöcke machen das ist auch ein bisschen ein problem und ja ich bin halt jetzt auch schon zehn jahre am minecraft spielen also es ist mir auch nicht gerade so spannend jetzt weiter zu machen aber dennoch bin ich zuversichtlich dass da jetzt auch dann mehr leute wieder zocken ich habe wieder ein bisschen mit anderen zusammen spielen kann und so weiter sind jetzt momentan sechs spiele seit dem 1.15 update gekommen und sie spielen nicht so gerne sie haben alle gesagt ja sie kommen morgen wieder und so aber so richtig motivation hatten sie nicht und deshalb frage ich mich ja ist es bei euch anders habe die freunde also spiele die mit freunden und was würdet ihr gerne wünschen dass es gibt ja bald das nefo update das wird wahrscheinlich 1.16 sein und ja das gewünschte biome wurde nicht also entweder steppe oder was war es noch es war noch ein biome gebirge glaube ich noch oder auf jeden fall ja ist es nicht gekommen 1.15 schade warum auch die ja news sind halt auch ein bisschen wenig was microsoft so macht ich muss jetzt wieder eine neue website finden weil die alten news von minecraft.net oder minecraft.forms.net die sind nicht mehr alle ja update oder und deshalb frage ich mich schon ein bisschen ja wie geht es weiter mit die update könnte es halt vorbei sein oder wird einfach nicht mehr so viel kommen pro update keine ahnung ich wünschte mir es gäbe viel mehr updates aber gut ja ich will jetzt auch nicht so sehr demotivieren aber ich habe so irgendwie das gefühl dass man ja langsam halt ein anderes spiel braucht wie zum beispiel hightail aber da bin ich auch noch nicht ganz so überzeugt was ich so gehört habe ist es hat viele rollenspiele aber wenig bauen und ich hätte lieber mehr baumaterial als ja werkzeuge oder ähm waffen vielleicht magie vielleicht werde ich magie was sonst so rauskommt keine ahnung dürft ihr mir gerne in die kommentare schreiben wenn ihr irgendwas anders anders geben jetzt gerade momentan cool findet oder so das zum beispiel auch mit bauen zu tun hat ich wünsche mir wirklich so etwas wie äh little ties oder ähm ähm äh chisel and bits genau würde es geben einfach in einem game oder so so auf jeden fall irgendwie so etwas ohne mods sondern einfach im spiel in minecraft drin oder in hightail drin ja das wünschte ich mir und natürlich auch eine minimap und äh eine farmwelt wäre auch nett jo das wünscht ihr so leider sind also map mods halt nicht so schnell geupdatet ja werde dann bald eine nutzen wenn es sobald eine zur verfügung ist ja 1.15 mods wo bleibt ihr ja forge oder ähm ist es eine kleine program äh muss zuerst kommen ja gut das kommt bald also ich denke ja ich war mir noch ein bisschen weiter ähm ja 13 muss noch ein bisschen runter so ich fahre mir jetzt noch ein bisschen weiter ich habe schon ja recht viel gebaut im haus jetzt zaubertisch hin bald jetzt habe ich zwei zähnungen für diamanten und mit dem kann man schon mal etwas anfangen gut also einen schönen tag noch und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss